hallo liebe motorsportmagazin.com freunde und formel 1 fans der türkei grand prix wir haben schon angesprochen der war so spektakulär dass wir die nachbereitung nicht in ein video packen wollten und dann den stundenlangen monolog sondern wir haben das aufgesplittet in mehrere videos im ersten teil haben wir schon louis hamilton und mercedes ein bisschen unter die lupe genommen im zweiten teil geht es jetzt um ferrari und sebastian vettel viele von euch interessiert das natürlich ganz brennend was wir dazu sagen war natürlich aus ferrari sicht ein extrem spannendes und auch erfolgreiches rennen ich hätte nicht gedacht dass es in diesem jahr noch mal passieren wird aber ferrari hat tatsächlich die meisten punkte aller teams geholt in istanbul wahnsinn und wir wollen uns jetzt mal die gründe dafür anschauen und noch ein paar andere sachen auch die euch so interessiert die erste frage kommt von nils grimm und der will wissen wie fandet ihr die leistung von fettel in istanbul ich weiß nicht ob die frage ein bisschen daran anlehnt dass sepp nicht unbedingt wunderbar gut bei uns weggekommen ist in letzter zeit natürlich auch aufgrund seiner leistungen also wir sagen immer wir sind sehr sehr objektiv das könnt ihr jetzt im motorsportmagazin.com drivers ranking auch sehen denn sepp hat von der redaktion eine komplette 1,0 bekommen wir alle haben ihm eine eins gegeben und damit hat er zusammen mit der besten leser wertung auch das motorsportmagazin.com driver ranking gewonnen also das schon mal vorweg geschickt die leistung war sehr sehr gut da gibt es nicht viel zu diskutieren er hat einen super start hingelegt also natürlich hat er auch profitiert dass er auf der sauberen seite stand charlie claire direkt hinter ihm der stand auf der dreckigen seite und der ist richtig weit nach hinten gefallen sepp hat viele viele positionen gut gemacht in der ersten runde ich meine wir haben das über das ganze feld hinweg gesehen max verstappen war das beste beispiel das prominenteste beispiel dass natürlich die linke seite aus fahrersicht nicht besonders toll war beim start bei diesen bedingungen also natürlich gehört auch immer eine gewisse portion glück dazu aber er hat wunderbar umgesetzt am start und wenn man dann so ein bisschen vielleicht das haar in der suppe suchen will dann kann man ihnen einen kleinen abzug geben für die pace auf den intermediates vor allem im naja zu beginn des ersten intermediates sind und dann zu beginn des zweiten intermediates sind aber auf das kommen wir gleich noch ein bisschen näher zu sprechen frage nummer zwei kommt von ak tube und das wird jetzt eine ganz lange frage aber ich glaube die muss man komplett vorlesen um das ganze allumfänglich zu verstehen vielleicht schiebe ich zwischendrin mal was ein bitte nicht böse sein wenn stroll und vettel nicht gestoppt hätten hätten wir dann ein aufgestautes feld im kampf um platz eins gesehen an vettel wäre hamilton wie wir gesehen haben wenn überhaupt nur mit größter mühe vorbeigekommen und auch mit peres wäre es wohl schwerer geworden wenn dann der streu nach vorne gewesen wäre hätte uns die strategie von streu und vettel einen epischen oder hat uns die strategie von streu und vettel einen epischen siegkampf gekostet bei dem wir vielleicht noch leclerc science und die red bulls gesehen hätten also relativ kompliziert aber eine sehr 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 gute und interessante frage der wir auch in der motorsportmagazin.com rennanalyse nachgegangen sind ich nehme das ergebnis jetzt mal vorweg wir wissen es nicht aber die kausale dieser kausale zusammenhang dieser strategien und wie das hier aufgelistet ist ist sehr korrekt vettel hat den weg für louis hamiltons sieg frei gemacht louis hamilton der strahlende sieger am ende hatte nicht das ganze rennen über eine strahlende pace der war ein großteil des rennens irgendwo im verkehr und die meiste zeit hinter sebastian vettel festgesteckt louis hat nach dem rennen selbst gesagt ja der sepp da vor ihm der war dann teilweise echt langsam und er dachte sich der fährt aber so eine der so eine schwierige saison aber jetzt fährt er so toll aber er hat sich trotzdem geärgert dass er vor ihm war weil er ihnen viel zeit gekostet hat er hat die anderen autos vorne davon fahren sehen zwischenzeitlich war selbst dann wieder ein bisschen schneller dann ist louis sogar etwas zurückgefallen dann ist er wieder näher gekommen aber er ist nicht vorbeigekommen bis zu sebastian vettels zweiten stopp als er sich dann noch mal neue inters geholt hat und dann erst war der weg frei für louis hamilton dann konnte der ordentlich dampf machen hat dann auch die racing points vorne eingeholt respektive dann nur noch sergio peres war ja landstroll auch in der box also das wäre sehr sehr interessant geworden was passiert wäre wenn sebastian vettel draußen geblieben wäre wäre louis hamilton irgendwann vorbeigegangen wären sebastian vettel irgendwann die reifen eingegangen wir können es halt leider nicht beantworten aber es ist richtig richtig spannend und ich will mich ja über dieses rennen nicht beschweren weil es war ein sensationelles rennen aber es hätte vielleicht doch noch ein bisschen besser werden können auch landstroll was wäre passiert wenn er nicht reingekommen wäre ich sage mal so der hätte wahrscheinlich ein bisschen mehr probleme bekommen noch denn da hat man ja schon gesehen sergio peres hat ordentlich auf ihn aufgeholt die runden vor seinem stopp und der war sogar schon im ds fenster hatte dann deutlich im pace überschuss den haben wir so zu dem zeitpunkt zwischen vettel und hamilton nicht gesehen also ich glaube peres wäre ein streu vorbeigekommen als hamilton an vettel aber wir wissen es nicht jedenfalls wäre die pace wahrscheinlich längere zeit vorne an der spitze deutlich niedriger gewesen und dann kommt natürlich der leclerc von hinten den der user ak tube ins spiel bringt und nicht nur leclerc sondern auch seins der war dann auch nicht weit weg dürfen auch nicht vergessen die red bulls die waren dann schon ein bisschen weg die haben sich mit ihren fehlern selbst aus dem rennen genommen aber ich kann mir durchaus vorstellen dass ich das richtig gestaut hätte lewis hamilton der hätte natürlich dann mal risiko gehen müssen wenn er gewusst hätte dass das auto die pace hat und dass er den pace vorteil hat also das sind so viele fragezeichen drinnen am ende ist es schade dass es nicht so gekommen ist ich hätte richtig richtig gerne gesehen frage nummer drei kommt vielleicht von einem bmw fan ich weiß nicht so ganz genau von xd 34i 34 die zahl passt nicht so ganz der rest würde einigermaßen passen jedenfalls will unser leser zuschauer was auch immer wissen wieso waren die ferraris ausgerechnet an diesem wochenende beide stark jetzt könnte man sich einfach machen und sagen naja mattia binotto war nicht da und kaum ist der chef mal nicht da schon läuft bei der scuderia aber mattia binotto hat gesagt er wusste ja schon man konnte diesen aufwärts trennen schon bei den letzten rennwochenenden etwas erkennen und deswegen hat er sich da zurückgezogen wenn er nicht unbedingt gebraucht wird also ich würde mal jetzt sagen an diese einen personali an mattia binotto hat nicht gelegen es waren sehr sehr besondere umstände am ganzen wochenende ich meine man kann sich jetzt zwei sachen anschauen warum man ausgerechnet beide an diesem wochenende so stark oder warum war ferrari generell so stark vielleicht hängen die auch ein bisschen miteinander zusammen denn wenn ihr sagt beide so stark geht das natürlich ganz klar mit den bisherigen rennen einher dass da nur charlie claire wirklich gut abliefern konnte und sebastian vettel größere probleme hatte und deswegen habe ich die frage auch sebastian gestellt was war an diesem wochenende so speziell meine hat vier monate lang kein qualifying-duell gewonnen was war an diesem wochenende so speziell dass du jetzt qualifying-duell gewonnen hast und dann auch im rennen dein erstes podium in der saison einfahren konnte ist und naja hat es schon ein bisschen auf qualifying an sich geschoben denn wenn du weit hinten startest dann hast du immer probleme das war ja sein ganz großes problem dass ein qualifying richtig verloren hat auf leclerc dann war irgendwo gefangen im verkehr und konnte dann im rennen halt auch nicht mehr viel zeigen diesmal lief das qualifying dann tatsächlich auch nicht so gut also man hatte sich deutlich mehr erwartet hat sich auf zwölf qualifiziert ist dann auf elf gestartet durch die strafversetzungen aber dann dieser super start hat ihn nach vorne katapultiert und natürlich im regen ist es generell eine ganz andere sache mit verkehr und so weiter dazu hatte man noch einen ganz besonderen umstand jetzt auch unabhängig vom regen es sah ja schon am freitag ein bisschen besser aus für ferrari vielleicht da auch ein bisschen besser noch für leclerc im verhältnis zu sepp aber diese strecke mit dem ganz wenigen grip das ist natürlich schon was sehr speziell ist und das hat sich natürlich fortgesetzt durch die bedingungen die wir dann später hatten und wenn man solche bedingungen hat kann der fahrer einen größeren unterschied machen da kann der ich will nicht sagen das auto überfahren das ist ja immer quatsch das eigentlich sozusagen aber je weniger grip ich habe desto mehr arbeit musst du natürlich verrichten am fahrzeug desto größer werden die abstände man hat es ja gesehen da waren dann mal vier fünf sechs sekunden natürlich hat das auch mit dem reifen temperaturfenster zu tun und so weiter aber der fahrer kann einen größeren unterschied machen und da ferrari da jetzt keine zwei nasen im cockpit drin sitzen hat macht das natürlich schon einen großen unterschied also zum einen konnte sich der fahrer mehr beweisen sebastian vettel hat dann auch seine ganze erfahrung habe ich rein werfen können die sache und ferrari hat natürlich in den letzten rennen auch ein bisschen fortschritte gemacht vielleicht sind die bei diesen bedingungen ein bisschen besser rausgekommen am samstag eben noch nicht aber am sonntag dann ich meine man hat ja auch bei mercedes gesehen diesen sprung von samstag auf sonntag da sind so viele umstände zusammengekommen dass man da jetzt keinen einzelnen faktor glaube ich rausziehen kann aber insgesamt ferrari erfolgreichstes team an diesem wochenende was die punktausbeute angeht sebastian vettel hat auf die kette bekommen er hat gezeigt dass er es immer noch kann haben wir auch im fahrer ranking dann schon so besprochen und ja warum ausgerechnet dieses morgen ich bin jetzt mal gespannt wie es weitergeht ob sebastian vettel seine probleme auch dann unter normalen bedingungen ein bisschen aussortieren konnte also das wird sehr sehr spannend die letzten drei noch zu sehen frage nummer vier kommt von unknown user und der will wissen wo hatte leclerc die zeit auf vettel aufgeholt der war doch nach der hälfte des rennes noch circa 35 sekunden hinter vettel auch das ist ein sehr interessanter punkt denn charlie claire der hatte diesen katastrophen start auf der dreckigen seite sebastian vettel den super start und dann waren die beiden eigentlich komplett am anderen ende des feldes nach einer runde und ich habe mir das ganze auch noch mal grafisch aufbereitet und diese zahlen dazu vielleicht kann man das kurz einblenden tatsächlich hatte leclerc schon richtig 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 viel rückstand auf sebastian vettel zu beginn des renns nach zwei runden waren schon 20 sekunden dann am ende des ersten stints waren es schon über 30 sekunden also das war brutal dann hat ferrari oder dann hat leclerc aus der not eine tugend gemacht denn er hatte nichts zu verlieren und deswegen konnte er ein bisschen früher an die box kommen ein bisschen gambeln das hat man sich bei sebastian vettel nicht getraut denn der war ja gut platziert und so hat leclerc als erster die intermediates dann aufgezogen von fullwitz natürlich ja jetzt werdet ihr sagen manche sind schon drauf losgefahren aber er hat sie dann als erster aufgezogen zwei runden vor sebastian vettel wenn ich mich recht entsinne und da hat er jetzt erst mal noch gar nicht so viel zeit gewonnen bei dieser entscheidung da war der abstand dann relativ konstant zwischen vettel und leclerc dann gab es eine kurze vsc phase und dann hat sich die spreu schon ein bisschen vom weizen getrennt offenbar hatte sepp da ein bisschen probleme die intermediates wieder richtig auf temperatur zu bekommen und sepp war ich will nicht sagen unbedingt im verkehr aber er war ja schon in zwei kämpfe involviert auch mit elixander elvern der ihn dann überholt hat dann hat er die ganze louis hamilton hinter sich und da fährst du schon ein bisschen anders als wenn du komplett frei fahrt hast und leclerc war dann in einer relativ guten position konnte richtig richtig gute zeiten fahren und ist dann eben deutlich schneller gefahren in dieser phase des rennens als sepp und das habe ich eingangs erwähnt da kann man vielleicht sepp so eine so einen kleinen abzug in der b note geben wenn man so will im fahrer ranking da hat er dann innerhalb von wenigen runden 15 sekunden verloren auf leclerc also da war er deutlich schneller aber wir dürfen nicht vergessen da war immer noch 20 sekunden hinter sepp also der hat den vorsprung oder den rückstand auf sepp von 35 auf 20 verkleinert aber dann kam der zweite boxenstopp und auch da war es wieder so dass leclerc nicht so viel zu verlieren hatte und deswegen hat man ihn früher reingeholt hat dieses risiko auf sich genommen diesen zweiten stopp und dann noch mal auf intermediates zu gehen nicht abzuwarten ob vielleicht die strecke noch stärker abtrocknet das ganz interessante entscheidung gewesen denn man hat berechnet wenn er jetzt neue intermediates drauf packt fährt er pro runde so und so viel schneller nach so und so viele runden hat er quasi die den verlust des boxenstopps wieder herinnen und wenn es dann das waren ungefähr sechs runden und wenn es nach sechs runden dann zu regeln anfängt naja dann er braucht nur diese sechs runden schneller fahren wenn dann zu regeln anfängt dann hat sich zumindest der stopp schon mal nicht negativ bemerkbar gemacht und jede runde die über diese sechs hinausgeht ist es dann tatsächlich sogar ein gewinn gewesen also das ging alles bei ihm nur so wunderbar weil er immer nichts zu verlieren hatte und weil er dann wieder in frischer luft raus kam sepp hingegen da längere zeit gekämpft und alleine durch diese paar runden wie leclerc früher gekommen ist konnte er den rückstand von sepp von 20 auf sieben sekunden innerhalb von drei vier runden von 20 auf sieben sekunden verkleinern und dann war wieder dieser punkt leclerc mit frischen intermediates ist richtig drauf gegangen hat die reifen geprügelt hat sie aber noch nicht kaputt gemacht und fuhr dann auch gleich in folge deutlich schneller als sepp auf frischen intermediates hat ihn überholt hat sogar keinen vorsprung rausgefahren von fünf sekunden aber dann am ende kam die große zeit von sepp denn der hat selber gesagt er ging vielleicht ein bisschen konservativ mit den frischen intermediates um am ende hat sich dann doch noch ausgezahlt da konnte er dann dafür noch ein bisschen mehr geben und hat leclerc dann am ende noch überholt frage nummer fünf von carsten herrbord schließt direkt daran an der will wissen hatte leclerc in der letzten runde ein problem mit seinem auto oder war es nur ein selbstverschuldeter verbremser der ihnen das podium gekostet hat also leclerc hat richtig dampf gemacht auf diesen intermediates reifen und entsprechend abgefahren waren sie natürlich waren sie nicht so abgefahren wie die von sergio peres oder louis hamilton aber er hat sie erstens früher drauf gemacht als der sepp und er hat sie härter angenommen und dann hat er alles versucht den perles noch irgendwie zu knacken in dieser letzten runde und dabei ist ihm der fehler unterlaufen fehler sind menschlich kann passieren aber es gab kein größeres problem an seinem auto oder so natürlich die abgefahren reifen aber die hatten alle deswegen sein fehler und deswegen hat er sich auch ganz besonders geärgert also über die ziellinie gefahren ist so wie wir es von charlie claire kennen immer wenn er fehler macht da nimmt er sich richtig hart dran und hat sich selbst geprügelt am funk der sein renningenieur ihm noch gesagt ja gutes rennen und gesagt nein das war kein gutes rennen also der erste sehr hart mit sich selbst aber macht ihn sympathisch und dass er fehler macht macht ihn auch sympathisch denn der bisherigen saison sah es ja fast so aus als wäre unmenschlich abgesehen von österreich vielleicht also sebastian vettler auch mit abgeschossen hat aber jedenfalls in dem fall seine schuld um die frage endgültig zu beantworten also das war der zweite teil des türkei reviews wir haben natürlich für euch noch viel mehr vorbereitet wir haben in dieser woche nicht nur den live stream für euch wir besprechen natürlich noch racing point wir besprechen natürlich noch red bull also wir haben noch jede menge vorbereitet um nichts zu verpassen unbedingt diesen youtube kanal von motorsportmagazin.com abonnieren die glücke aktivieren dann kriegt ihr auch eine mitteilung wenn neues video kommt und wenn euch das video gefallen hat ein däumchen da lassen